Sie umgibt und verbindet uns. Sie treibt uns an. Unsichtbar und doch ein steter Begleiter. Die Luft. Der Schlüssel zu unserer Gesundheit und einer lebenswerten Zukunft. Und es liegt in unserer aller Verantwortung, sie zu schützen, sie sauber zu halten. Darum prüfen und verbessern wir unsere Bauprozesse auf ihre Umwelteinwirkungen und setzen umfassende Schutzmaßnahmen für eine bessere Luftqualität. Mit den neuesten Technologien tragen wir dazu bei, nachhaltige Mobilitäts- und Transportsysteme auszubauen und zu verbessern. Denn unser Ziel ist es, CO2-Emissionen und den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten. Und durch den Bau von nachhaltigen Windkraftanlagen bilden wir das Fundament für eine Energiewende. Damit wird die Kraft des Windes ressourcenschonend in grüne Energie umgewandelt. Für eine saubere Energiegewinnung im Einklang mit der Natur. Wir nutzen den Aufwind für eine positive Veränderung. Für uns alle.